Warnung! Die von Horrorlostplaces gezeigten Video- und Audioaufnahmen könnten auf einige Zuschauer verstörend wirken. Es muss nicht immer der grausamste Wald sein, um eine gute Geistergeschichte zu bekommen. Wir haben diesen kleinen Wald in Oberhausen gefunden, in dem schon einiges passiert ist. Doch schaut besser selber in der neuen Folge von Horrorlostplaces. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo, wir sind wieder bei Horrorlostplaces. Wir sind heute in einem Wald, der nennt sich Marienwald. Hier stand bis Ende des Zweiten Weltkrieges ein kinderweisen Haus. Es sollen noch ein paar Restgesteine hier sein, weil das Haus wurde leider Ende des Zweiten Weltkrieges zerbombt. Wie das halt so ist. Und wir werden der Sache jetzt ein bisschen auf den Grund gehen. Eventuell können wir auch was einfangen. Wir schauen mal. Ja, schauen wir mal. Das ist schon ein sehr düsterer Wald. Was meinst du hier sind denn noch Überreste? Leute, guck mal. Hier sind noch Pilze. Von Räuber Hotzenklotz. Die Giftpilze. Schnell weiter. Hier sind aber überall Pilze. Ich weiß nicht. Hier sind noch sehr merkwürdige Kisten mit Gesteinen drin. Vielleicht sind das Überreste noch von dem, was hier stand. Kinderheim oder was? Guck mal hier, hier ist noch ein Überreste. Alte Mauern. Was ist das? Ein Gebetsstein. Vielleicht ein Gebetsstein. Oh Leute. Da ist auch ein Loch. Hast du mal die Ohrleif? Mal reinlösten. Jetzt benutzen wir unsere gute Ohrleit, um ein bisschen Licht zu kriegen. Was ist denn das? Das ist die Mariengrotte übrigens. Mariengrotte. Ja. Da ist noch was hinter diesem Stein. Es scheint zugemacht zu geworden. Wie gesagt, es war mal eine Ruene gewesen. Die wurde aus Menschenhand wurde gebaut. Schlacke. Schlacke, Gestein, Roll etc. Haben die Menschen halt damals, die hier noch geliebt haben, aus eigener Kraft, aus eigenen Händen, haben die das selbst erbaut. Krass. Und das ist jetzt quasi so der Überbleibse nach dem zweiten Weltkrieg. Das sieht voll krass aus. Das ist hier auch so eine Rundung. Naja. Wenn ihr seht. Und hier ist wie so ein Altar dahinter. Als wenn da eine Figur stand oder so. Und dann geht das hier wieder alles rund zu. Alles verwachsen. Das sieht cool aus. Da kann man mal ein Foto machen. Das war auch riesengroß. Also wie gesagt, man kann auch selber... Das ist das Originale oder was? Genau. So sah das halt aus, wo das noch in den Takt war. Cool. Loder. Oh, da kann ich schon stimmen. So. Wir stellen uns erstmal namentlich vor. Mein Name ist Clarissa. Ich bin der Mike. Wir sind von Timor Los Places. Und wir möchten jetzt gerne versuchen mit der anderen Seite Kontakt aufzunehmen, um eventuell zu erfahren, was hier genau passiert ist. Ist denn jetzt gerade jemand bei uns? Haben wir schon einige Schwingen gehört? Wir haben hier auch das K2-Gerät. Es kann elektris-magnetische, also es kann euch sichtbar machen. Wenn ihr das berührt, ihr braucht keine Angst zu haben. Es wird nichts passieren. Es kommt näher. Ja, vielen Dank für dieses Vertrauen. Du brauchst keine Angst zu uns zu haben. Nein, wir sind guten Gewissen. Ja. Wir stören euch auch nicht lange. Wenn du Lust hast, kannst du dies... So, ist das nicht verstanden. Kannst du uns etwas von diesem Ort erzählen? Wie geht es denn? Um, 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 um. Ich bin da, ich bin da. Ja, hallo, ich freue mich, dass du hier bei uns bist. Hast du da hinten einen Namen? Die können wir dich ansprechen. Warte, Mann, oder? Konnten wir das nicht klar und deutlich verstehen? Warum sie eventuell eine der Schwestern dieses Kinderreins? Was genau hält sie denn noch an diesem Ort? Hast du eventuell die Gedenkstätte? Haben sie die selbst? Ja. Haben sie die selbst? Ja. Ein Vorzug. Ein Vorzug. Warum diese Gedenkstätte? Was ist der Grund? Also, da gehören zu. Da hält sie eventuell die Mariengurte selber noch hier fest. Weil sie diese als Gedenkstätte zum Beten, für Andachten etc. genutzt haben. Also aus der Spiritbox kam ja schon ein bisschen. Sollen wir mal ein anderes Gerät versuchen? Versuchen wir jetzt mal ein anderes Gerät. Versuchen wir jetzt mal ein anderes Gerät. Bleibt dran, es wird spannend. Wir haben jetzt mal ein anderes Gerät. Vielleicht fällt es euch damit leichter. Also wir danken uns schon mal. Das ging sehr schnell. Vielen Dank dafür, dass sie uns so schnell Vertrauen schenken. Wer ist denn jetzt gerade hier? Ja. Die Farbe ist Bremse oder so? Ich finde es können ja auch extra ruhig raus hören. Kind. Kind passt hier. Die haben mit den Kindern gemeinsam hier Andachten vollzogen. Sehr klasse, dass auch direkt so eine direkte wieder hier zum Ort passen wird. Was ist mit dem Kind? Du musst keine Angst haben, wir hören gerne zu. Da müsste man nochmal nachrecherchieren ob eventuell in dem Zeitraum hier was war. Kann gut sein. Weil es liegt auch sehr weit zurück. Wie gesagt, das geht noch bis spät in den 70ern so. Jetzt müsste man nochmal schauen. Was hält euch denn hier noch vor? Eingesperrt. Bist du hier an diesem Ort gebunden? Hier. Kind, Ehe. Vielleicht ein uneheliches Kind? Oder irgendwie sowas? Warst du vielleicht ein Priester? Wir sind mutig. Weg ist er. Okay, das war schon wieder viel. Schnell der Kontakt. Da hast du Geschichte hier wieder. Du weißt ja auch nicht was hinter den ganzen Geschichten. Ne, wir versuchen ja rauszufinden. Das ist unsere Aufgabe. Wir versuchen ja immer die Antworten zu kombinieren, was sich daraus ergibt. Wir bauen das Puzzle zusammen. Heute K2. Was ist hier los? Wir haben auch ganz kurz den Ton von dem Teil ganz weg. Hat einer Spaß an den Lämpchen glaube ich. Vielen Dank für das Vertrauen. Du kannst gerne mit das Gerät gehören. Das tut dir gar nichts, wie du merkst. Wir haben auch keine Angst vor dir. Du kannst auch gerne nochmal dieses Gerät benutzen, um mit uns zu kommunizieren. Wenn es dir leichter fällt. Bist du denn noch hier mit uns? Würdest du uns gerne noch ein bisschen was erzählen? Wir hören dir gerne zu. Vielen Dank für die Rückmeldung. Habt ihr jetzt gehört? Vielen Dank für die Rückmeldung. Da. Habt ihr jetzt gehört? Das war eben schon mal. Okay. Leute, hier geht es richtig ab. Eben ist das Gerät schon irgendwie laut und leise von alleine. Wir werden den Ort auch ganz sauber gleich verlassen. Ja, K2 war schon am ausschlagen. Und hier haben wir eine Präsenz jetzt auch direkt drin. Sehr mysteriös. Hallo, wer bist du denn jetzt? Mein Name ist Mike. Ich bin Clarissa. Wir sind Anderswelt-Volster und haben gerne Kontakt zur Anderswelt. 86. Du fängst direkt mit einer Zahl an, die uns jetzt nichts sagt. So auf Anhieb. Mali? Oder so? Ist das dein Name? Was kannst du uns hier noch sagen über diesen Ort? Bist du hier gebunden an diesem Ort? Kannst du diesen Ort nicht verlassen? Was kannst du uns noch erzählen? Angst. Angst. Angst wovor? Kannst du uns vielleicht erklären wovor? Wovor hast du Angst? Oder was macht dir Angst? Also für uns brauchst du keine Angst haben. Wir sind in Frieden hier. Wir würden uns gerne nur ein bisschen unterhalten. Ein bisschen rausfinden. Deine Geschichte hören. Wir würden uns Zeit nehmen für dich. Geisteratmen, Leute. Oh je. Temperaturabschwurz. Und Gefängnis. Du bist hier gebunden. Wie ein Gefängnis hier an diesem Ort. Lässt du gerade die Temperatur hier absenken? Puh. Ist wieder bald echt kalt. Mit dir am Arm. Nicht eingestellt. Nicht eingestellt. Du wolltest dich bewerben und wurdest nicht eingestellt? Was hast du dann gemacht? Hast du dich dann umgebracht vielleicht? Oh Leute. Oh Leute. Oh Leute. Die Temperatur. Es wird wirklich arschkalt gerade hier. Ja. Ich merk das auch im Nacken. Ich hab extra einen Zopf gemacht, weil mir so warm ist. Leute. Das ist echt. Das ist echt extrem. Ich würde sagen, wir machen erst eine Pause. Und gucken, ob es sich noch lohnt weiterzumachen. Wir bestrechen jetzt erstmal, wie es weitergehen soll. Willst du uns noch was erzählen? Zu diesem Ort. Was ist hier passiert mit dem Kind? Das ist jetzt auch nicht viel Rückmeldung im Moment. Seine Präsenz hier mit uns. Die Stimmen. Wie viele seid ihr denn? Wer lügt? Wer lügt? Wer hat diese dunkle Stimme? Da hab ich ja schon wieder gar keinen Bock drauf. Kann man gerade armen? Amen. Du glaubst also an Gott. Das passt ja auch wieder. Angst schon wieder? Für uns brauchst du keine Angst haben. Willst du uns noch etwas Wichtiges mitteilen? Kann es eventuell sein, dass euch irgendjemand oder irgendetwas verbietet mit uns zu reden? Oder sind viele Flüsterstimmen dabei? Habt ihr Angst vor dieses Etwas? Ja. Dürfen wir ja nicht. Wer verbietet euch? Jetzt hab ich's gehört. Das muss ich aber zuhause nochmal hören. Schon wieder. Unkle Stimmung. Der Name. Ne. Sollen wir diesen Ort lieber verlassen? Ja. Droht hier Gefahr? Ja. Okay. Auf alles. Der hat Satan gesagt. Da bin ich mir hundertprozentig jetzt sicher. Jetzt ist ja ein Portal zu Satan. Stille. Ja. Stille. Fuck. Aber auf jeden Fall. Leute. Wir müssen sofort einpacken. Leute. Wir müssen schnell weg. Ich weiß nicht was das denn war. Die dunkle Stimme. Was wollten die uns sagen. Was wollten die uns sagen. Ich weiß nicht was das? Das war also das? Wir müssen die Fähigkeiten beid 27. Wir müssen euch das. Wir müssen uns genau wissen.